Hey Freunde, ich habe mich irgendwie hier verlaufen und ich bin die ganze Zeit hin und her gelaufen. Und was ist das denn eigentlich? Warum sind ja nur so Baumstämme und wo sind die ganzen Blätter hin? Ist da wohl ein Blitz eingeschlagen und der ist abgefackelt? Oh ne, da ist ein Lavasee. Egal Leute, ich habe hier ein Dorf gefunden und ich wollte da mal hingehen und gucken, was da so passiert ist. Ob die mir mal weiterhelfen können, ob ich zurück in die Stadt finden kann, Leute. Könnt ihr mir helfen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. So, da sind schon welche. Hey, hey Freunde, warte mal. Was ist das? Hä? Sieht aus wie ein Loch, Leute. Guck mal, wie tief das geht, Leute. Da ist auch was Rotes. Was ist das, Leute? Hä? Irgendwas Blaues wurde in das Loch gezogen. Was ist blau? Ich kenne nur, was Blaues ist Sonic, würde ich jetzt mal sagen, oder Leute? Oder was sagt ihr? Hm, fragen wir mal den anderen. Was sagt der? Sonic wurde von irgendwas in das Loch gezogen. Also doch haben wir recht gehabt, dass Sonic in das Loch gezogen wurde. Aber von wem wurde Sonic in das Loch gezogen? Und freut mich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal, schreibt ein liebes Kommentar und gebt dem Video einen Daumen nach oben. So, aber was machen wir jetzt, um zu gucken? Habt ihr eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich bin ein bisschen groß. Guck mal da hinten. Hm. Wir bauen erstmal hier vielleicht den Baum ab. Wir brauchen ein bisschen Werkzeug. Zack. Zack. Wie viele Baumstämme brauchen wir? Ich nehme einfach mal drei Stück. Das sollte er reichen. Dann machen wir uns eine Dingste alles zu Holz. Äh, eine Dingste. Äh, was brauchen wir noch? Äh, Sticks machen wir welche. Äh, klack, klack, klack. Machen wir das so, so. 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 Zack, zack, zack. Äh, guckt mal bitte weg. Ich mach hier gar nichts, Leute. Ich mach hier gar nichts mit eurem Haus. Ich hab jetzt drei Stück geholt. Mal so. So, habt direkt eine Steinpick-Axt. Dann, weil wenn das da reingezogen wurde, Leute, dann müssen wir uns auch ein Schwert machen, weil wir müssen uns da verteidigen können. Dann haben wir jetzt hier noch ein Schwert. Brauchen wir noch was, Leute? Wir haben jetzt eine Pick-Axt, Schwert und Packing. Mh, wie wär's mit einer Schaufel? Tack, tack, tack. Tack, tack. So. Perfekt. Wir nehmen uns aber noch ein bisschen Holz mit. Nur im Notfall. Falls wir was Neues craften müssen. Dich nehmen wir auch mit. Komm, ich weiß, dass man mit einer Axt schnell abbauen kann, Leute. Und wir gehen jetzt mal gucken, wie wir hier runterkommen, Leute. Oh, guckt mal, Leute. Hier ist das Loch. Und hier ist eine Leiter. Guckt mal. Da kommt man durch das Loch. Sind die reingegangen? Und haben den hier reingezogen? Oh, wir müssen echt vorsichtig sein, Leute. Wir müssen mal hier ein bisschen Platz machen. Oh. Bisschen mehr Licht machen. Oh, hier sind Diamanten. Was ist das hier alles, Leute? Oh. Ey, ich hab ne Idee, Leute. Hier ist niemand. Wir werden jetzt mal ganz leise, Leute. Ganz leise. Sagt's niemand? Psch. Wir können das ja gar nicht abbauen. Wir haben kein Eisen. Oh, nein, Leute. Wir können das ja nicht abbauen. Oh. Ich öffne mal die Tür, Leute. Was sich wohl dahinter befindet. Du hast... Oh, oh. Du hast dir nichts zu suchen, haben die geschrien. Aua. Leute, was machen wir denn jetzt, Leute? Wir haben doch keine Chance. Oh. Ne. 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 Ne, Leute. Wir müssen irgendwie was machen. Wie schafft man das denn? Oh. Oh. Die Sch... Aua. Die sind unfair. Oh. Okay. 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 Wir müssen echt aufpassen, Leute. Die sind echt laut. Wow. 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 Jetzt schild mal, Leute. Jetzt. Jetzt schild mal. Aua. 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 Nein, Leute. Wir müssen... Okay, noch ganz wenig. Ich warte, bis mein Leben wieder ganz voll ist. Und dann machen wir noch mal so ein, zwei Schläge probieren. Kein Wunder. Die wollen Sonic für sich behalten. Wow. 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 Ich habe einen goldenen Apfel. Ich will den schnell essen. Und? Ich habe es geschafft, Leute. Okay. Jetzt schaffe ich den nächsten. So. Zack. 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 Oh. Der hat eine Diamantrüstung feiern lassen, Leute. Oh. Hier ist Eisen, Leute. Das bauen wir aber ab. Dann können wir uns die Diamanten abbauen, Leute. Oh. Oh. Die kommt immer wieder. Okay, Leute. Wir haben jetzt das Eisen abgebaut. Machen das so. Platzieren die das dahin. Machen das erstmal so. Neue Sticks. Machen so. 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 Dich brauchen wir auch nicht mehr. Und? Lass mal dich abbauen. Ein Diamant. Dich abbauen. Perfekt. Und wir machen uns jetzt ein Diamantschwert, Leute. Hm. Okay. Jetzt sind wir sicher. So. Jetzt haben die keine Chance mehr. So. Verschwinde. So. Wir gehen erstmal in die linke Tür. Oh. Da sind ganz viele. Wir essen einen goldenen Apfel. Und gehen rein. Zack. Die haben keine Chance. Den ersten ausgeschaltet. Den zweiten ausgeschaltet. Oh. Und? Den nächsten ausgeschaltet. Perfekt. Oh. Oh. Das ist der Anführer. Oh. Der ist echt stark, Leute. Wir müssen einen goldenen Apfel essen. Zack. Zack. Wir müssen echt aufpassen. Der hat einen Schlüssel fallen lassen, Leute. Wofür ist der Schlüssel? Und wo ist Sonic überhaupt? Wir sind doch... Die Villager haben doch gesagt, hier ist Sonic festgehalten. Der wurde in das Loch gezogen. Ich habe hier noch gar keinen Sonic gesehen. Wir klauen erstmal seinen Schatz. Das ist jetzt meiner, Leute. Genau wie das hier ist jetzt alles meins. Alles... Tja. Hätte es mal besser beschützen sollen, Leute. Wofür der Knopf ist? Wir drücken lieber nicht den großen roten Knopf, Leute. Wir wissen nicht, was passiert. Aber was wir jetzt machen... Wir nehmen erst noch die ganzen Diamanten. Machen uns eine neue Workbench. Und... Wir brauchen Schuhe. Wir brauchen einen Helm. Und wir brauchen Hosen. Zack, zack. Jetzt sind wir ausgerüstet. Brauchen wir noch irgendwas, Leute? Habt ihr eine Idee, was wir noch brauchen? Wir haben so viele Diamanten, Leute. Okay, Leute. Uff, das ist echt anstrengend, Leute. Und... Wir essen jetzt einen Apfel. Und befreien Sonic. So. Zack, 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 zack. Den ersten ausgeschaltet. Du hast... Oh, die sagen die ganze Zeit, dass ich hier nichts zu suchen habe. Und den nächsten. Ey. Wir nehmen jetzt gar alle Diamanten mit, Leute. Ne? Das sehe ich nicht ein. Wir nehmen all eure Diamanten mit. Meins, meins, meins. So. Aua. Er kommt immer wieder. Oh. Verschwinde. Komm, 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 komm. Und schnell den Golden Apfel essen, Leute. Und in die nächste Tür rein. So. Zack, zack. Oh, hier sind Emeralds hinter der Wand versteckt, Leute. Zack, zack. Ei. Die machen das... Das ist nicht fair, was die hier machen. Hey, Sonic. Sonic, Sonic. Ich befreie dich. Haben die irgendwas dir angetan? Ne? Okay. Komm mit. Oh. Er hat hallo gesagt, Leute. Okay. Ich bringe dich jetzt hier raus. Okay, Leute? Ich bringe Sonic jetzt raus. Gebt mir all eure Energie. Schreibt einen Kommentar, bitte. Ich brauche eure ganze Kraft. Oh. Komm mit, Sonic. Ich muss dich beschützen. Zack. 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 Und? Aha. Perfekt. Den Emerald möchte ich mitnehmen. Aber nur den Block. Perfekt. Und jetzt raus hier. Komm mit, Sonic. Wir müssen uns echt beeilen. Oh. Wo ist Sonic? Wo bist du, Sonic? Sonic? Ah, hier bist du. Perfekt. Komm mit. Komm schnell hoch. Komm schnell hoch. Bevor die wiederkommen. Leute, wir müssen uns echt beeilen. Es ist schon dunkel draußen. Oh. Wie kommen wir hier raus? Zack. Hier die Erde wegbauen. Ey, wir haben Sonic befreit. Sonic, Sonic. So. Wir haben Sonic befreit. Da bist du ja, Sonic. Du bist echt schnell. So, hier. Guckt, Leute. Da unten war ein Anführer. So ein, weiß nicht. So ein Bösewicht. Der hat Sonic da in dieses Loch eingesteckt, Leute. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal. Schreibt ein liebes Kommentar. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wir machen mal hier ein bisschen Licht. Sonst sieht das so dunkel aus. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.